Komm... Es ist noch nicht Zeit zum... Kommt, sportet euch! Na, du Chicken? Wenn sie sich hier irgendwo runter... Ja, schön in Reihe und Glied. Nach den Ententanz. So ist doch gut, wieso nicht schon früher? Mitwärts, ja. Hier doch. Keiner! Kommt, Chicken! Du auch! Hallo! Ihr zwei! Was ist denn los? Seid ihr schon wieder? Wir haben nicht mal... Okay. Kommt jetzt! Legt ein Ei für mich! Legt ein Ei für mich! Hopp! Nein, nicht nach Hause gehen! Das ist fast eine... Weltreise! Es ist kein Hunger mehr! Hallo! Falsche Seite! Gut! Ihr seid so dämlich! Dann... ja, ein Ei! Töne Ei! Töne 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 Die verlieren einfach mal irgendwann die Lust. Wie das da einfach nicht mal aufkommt. Gut, aber nicht in die Nähe des Wolfes, wir müssen sie einhaben. Um, so. Um, so. Ach komm schon. Was ist jetzt? Ah, in dieses Schrotzex, das wir nicht brauchen. Komm hoch. Komm rein. Shit, wir müssen ein Meteor Ding machen. Komm. Komm rein. Nein. Komm rein. Hallo. Blödes Fraps. Kommt da. Ah, ich hab das Ding nicht mehr. Komm schon. Kommt endlich. Gut. Gut. Und dann Meteor ist runtergekommen. Da hat einen Krach gemacht. Ja. So, schauen wir mal das tofe Teil an. Dort. Ja, direkt aufs Haus. Wie ist das? Ui. Oh, ist das fett. Ach, weg da. Weg da. Weg da. Das ist ein Mega-Meisterid. Ich muss die Roten schnell abbauen. Wieso gibt's jetzt keinen mehr? Oh, Mensch. Heute ist wirklich alles schlimm. Ja, da gibt's jetzt nichts mehr. Ich versteh's nicht. Da war ein Creeper-Ding. Diese nächste Damage da. Zum Glück haben wir hier Peaceful Enchanted oder irgendwie so Creeper. Die haben richtig fette Damage. Damage. Okay. 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 Nein, da gibt es nichts Gescheites in diesen Meteoriten. und auch keine Kiste das sind wahrscheinlich die falschen Metrieten es gibt sehr viele verschiedene zum Beispiel Eismetrieten gibt es auch so, das reicht noch die zwei, drei da also dann haben wir mal mehr als genug mit Tritten wir müssen jetzt dann ein Metrieten-Timer thing bauen der Metrieten-Schild das ist jetzt was gutes ja, Red Material-Game bringt es doch die Eismetrieten noch abzubauen aber jetzt ist Schluss ok zum guten Glück ist er nicht genau auf unser Haus gekracht ok wir haben mal ein bisschen Platz damit diese auch war die Eismetrieten-Timer so, ah, diese Bärm ist auch gehasen Gut, also jetzt machen wir das, was ich wollte. Und die einen noch. Sehr schön. Also machen wir mal ein bisschen Platz im Inventar. So, hier machen wir mal die Berries rein. So. So, noch dieses Zeugs, das wir gerade nicht brauchen. Wir können das Gravel Star, ein bisschen Absoluts Willi mitdragen. Hexical Essence. Und Iron Gravel Ore. Und noch dieses Koppelster nehmen wir mit. Und die Hohen machen wir mal rein. So. Ja, was machen wir sonst noch heute? Ein paar Bärenpflöcken. Aua. Plup. Dann bleibst du halt drin. Jo, schauen wir mal die Mailkarte an. Wir waren eigentlich im Osten noch nicht so und im Westen. Ja, könnten wir noch ein bisschen auf Feldreise gehen. Ja, das machen wir auch. Ich habe einfach Bock, neue Gebiete zu erkunden ist. Dazu machen wir zuerst den Metroid Shield, wenn wir können. Das ist schon wichtig. So. So. Net Rhythm. So.